So, dann will ich doch mal ganz kurz gucken. Wir haben Plastik noch nicht erforscht, das können sie mir auch nicht erzählen. Doch, äh? Ach, das ist schon gelernt. Plastikflasche fehlt uns noch zum Erforschen. Da bin ich gerade dran. Warte, ich guck mal, wie weit das Zeug da ist. Du hast fehlen Planken. Natürlich. 2 hatte ich noch. 3. Ich hab eine. Mir fehlt da noch einmal ein Glibberzeug, dann kann ich die Plastikflasche. Für einen Stuhl und eine Hängematte ist das jetzt noch nicht so... Gut, lernen kannst du ja. Das ist ja nix. Ja, klar. Ja, stimmt. Dann will ich auch mal was lernen. Das war fast alles. Pinsel, Augescheuche. Da muss ich auch mal was lernen. Und der lernt hier erstmal alles was. Nur. So. 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 Jetzt haben wir noch vier Sachen. Leiterplatte und Wasserflasche. Brauchen wir noch so normales gelernt hier. Auch. So. 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 Weitereplatte und Wasserflasche. also messen brauchen wir uns auch noch keine sorgen macht aber noch einen dicken lachsen ja dann eigentlich ein köder schon mal für die nächste insel hier gerade keine ressourcen kommen ich habe ja noch ein längst noch zwei köder ach so mal aber schlagen kannst ich finde ich erst mal ein paar sachen die hier gerade ankommen die christi locker weg gefischt glaube ich auch ein buch ist schon wieder da und doch wir wollen und auch immer dann wenn die planken hier gerade angesagt sind wieder brand und das ist echt großartig ja das stimmt was dabei ich habe jetzt mal herren erforscht das jetzt machen die plastikflasche jetzt erforscht das heißt sauerstoffflasche können wir jetzt einmal herstellen brauchen wir dann für sauerstoffflasche brauchen wir das glibberzeug eine leere plastikflasche müssen wir noch mal herstellen ein paar seile und kunststoff und für die flossen in etwa das gruppe silber doch mal von oben oh jetzt habe ich die möbel verjagt scheiße ich habe gar nicht gesehen dass eine saß müssen wir vielleicht mal nach oben packen oder so ja nest tatsächlich man kann hier gegen das dach werfen mann wo nichts kriegen keine insel große insel ja von mir ist auch gerne große insel aber solange es jetzt gerade hier so easy läuft können wir uns ruhig noch mal ein paar planken hier zusammen angeln das ist gar nicht mal so verkehrt jetzt unbedingt so auf hart spielen und jetzt gar nicht so rüber ne ne das ist glaube ich wirklich nur diese sterbe geschichte die sterbe geschichte dass dich halt nicht einfach so wiederbeleben kannst quasi der rest ist eigentlich wie alles andere gut wahrscheinlich auch zu zweit ne ich denke allein ist noch mal härter weil wenn du da wirklich stirbst dann war es das besser besser ja auf dauer können wir noch mal eine zweite reihe nach hinten anbauen aber für das erste soll ja erstmal so dass wir überall rankommen wenn man was höheres ist ohne junge es ist ein großer weiter ozean ohne dass hier mal irgendetwas passiert ja und sehen sie oh sieht es immer aus mit einem anständigen speer eigentlich sind wir ein bisschen teuer wahrscheinlich ne ja ich habe keine ahnung was wir dafür brauchen zwei metall barren und einen bolzen ist ja jetzt nicht gerade drei barren insgesamt naja reicht ja dann nicht mal für jeden einen nein im moment reicht es nur für einen wie übrigens auch schon fast wieder kaputt ist die in in ja es in 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 So, ein paar Planken habe ich gleich schon wieder zusammen für dich. Das klingt gut. Ich pflanze noch mal... Palme? Frische Palme an. Gerne. Wie süß. Ja, war ein bisschen auf dem Sack heute. Das ist ein Schiff, das nehmen wir jetzt aber mal mit hier. Ein paar Gratis-Holzen und Scharniere und so. Hoffentlich. Wie ich es einfach so einsammeln kann. Oh, ne Müllwester. Sollen wir müssen aufpassen jetzt. Okay. Dreh mal... Oh, falsche Richtung. Ich halte mal ein bisschen aufs Schiff zu. Hast du auch gelenkt? Ja. Ich habe auch gerade da rumgefummelt. Das greifen wir uns noch mal ab hier, das Teil. Will es mich ärdern? Ja, es will. Für solche Gelegenheiten hätte ich mir gerne noch mal ein Paddel gebaut. Da haben wir kein Geld für. Oh, wie als wenn du es nie anders gemacht würdest. Oh, bitte. Hochgeglitten. So, wir werden mal wieder halbwegs auf Kurs bringen. Ähm. Wird schon wieder dunkel. Wird schon wieder dunkel. So, elf Plan. Mehr habe ich jetzt gerade nicht über. Mh. Mh. Hab ich jetzt einen Mh hierürt? Ach bitte! Quatsch! Ich opfere hier meine sämtlichen... ...planken, die ich so irgendwie erübrigen kann. nichts werden da weiter an zwei nägeln kokusnüsse mangos im schlappenland die pfeiler stehen schon mal ich muss was essen ich mir auch gerade mal ein highsteak eingezischt wo sehen sie was mal abgelegt hier eigentlich kommen wir gar nicht so ein bisschen links noch wenn wir hier an der unteren ecke der insel anhalten sollte es kein problem sein ein bisschen geradeaus bisschen näher ran bist du am anker? ja bin ich wir müssen noch näher ran wie näher ran ich bin ich kann nicht wir sind schon an der insel alles gut alles gut hm ich brauche einen kalter jetzt also mal ich weiß nicht aber ich wir brauchen einen paddeln ne das stimmt das müsste ich gar nicht kräften können dann würde ich den anker lichten und du paddeln uns ran äh ich paddel mal warte ich lichte den anker jetzt ja bis denn wir werden schon wieder weggetrieben das dauert so lange entschuldigung kann ich nicht ne oh unten hin sind wir sicher dass der anker hm top scheiße jetzt kein sperr grad da ja anker war ich weiß nicht warum es so lange dauert warum wir so weit weggetrieben werden dann müssen wir nochmal versuchen ok anker ist los das segel ist segel hol es am besten ein ja hab ich jetzt hab ich erstmal anker abgeschmissen weil ich wusste wie es das war das achso jetzt lösen ja ich paddel wie ein blöder ja hast du geht nicht wir werden ein bisschen wieder weggetrieben wie weit wir weggetrieben werden ja jetzt auch noch verstehe ich gar nicht ich auch nicht ich meine der anker braucht ein bisschen vielleicht bis er ein haar klar aber so weit ist ein bisschen ungünstig so jetzt nochmal das segel voll auf die insel du lichtest nochmal den anker den Rest hab ich den Rest müssen wir jetzt mal ein paddel machen so jetzt anker runter hab ich ne von der seite kommen wir irgendwie nicht dran dann ich muss noch einmal rumfahren lass nur mal hoch den anker dann pande ich mal ein bisschen ran lang quasi hab ich ne anleihe hier kommt mir gar nicht gegen an glaube ich kann das sein das sieht mir so ein bisschen so aus ja wenn dann langsam nur versuchen wir es nochmal boah werden wir weggetrieben anker ist unten auf jeden fall ok na guck dir an wie weit wir jetzt weg gehen hier aber von der anderen seite irgendwie nochmal rankommen wir auf diese blöde insel das gibt es doch nicht da oben jo anker ist oben mit segel und paddel ja da kommen wir jetzt ganz gut voran jetzt nochmal versuchen warte jetzt muss es aber was werden wasste? anker ist unten ja hoffentlich sehr gut dann musst du wenn wir dran paddeln musst du auf die insel springen aber wie macht man das? liegt es am anker dass es so was da hinten ist? das ist ja auch blöd keine ahnung die problematik hatten wir jetzt noch nicht ne da musst du einen anker lösen ran paddeln ich spring dir rauf ja ja warte ich drehe mal das segel ein bisschen dafür reicht es für einen versuch könnte es noch reichen ähm so ich lichte und dann paddel ich los jo jo ich bin drauf aber nur in der einen ecke hier natürlich so ok so anker ist wieder fest na toll ich brauche ne axt die ist jetzt kaputt ja ich habe leider noch zwei planken was gekriegt was brauchst du denn dafür? zwei planken brauche ich genau genommen alles andere habe ich so ein so ein so ein kack natürlich ich kann hier ein fass angeln was ist drinnen keine blanke ehrlich? ja leg mir noch eine eine könnte ich mir gerade noch erangeln hier oben hier unten direkt hier unten vor der insel ist eine weiter links von dir aus genau jetzt unter dir sehe sie nicht dann wirf einfach mal den Haken hier direkt ja genau hast du? ne? ein bisschen weiter rechts ja jo ne ach kriegste nicht die hängt wohl da drunter schade weil eigentlich müsstest du sie kriegen ähm ich habe mein paddel jetzt noch mal erreicht boah wo ist das schon wieder da? dann komm ich jetzt noch komm ich jetzt noch mal ist das ein stress obwohl du hättest einmal ins wasser springen können das war ja jetzt echt blöd ja das war jetzt wirklich blöd weil jetzt musst du es ein paar sekunden halten ja gut ja nicht jetzt müssen wir noch jetzt müssen wir nochmal ja mach mal doch ist auch egal nein nein jetzt ist mal ein paddel kaputt es gibt gas komischerweise stehen wir jetzt an der blöden insel natürlich so naja so halbwegs aber ich den ankerlichten schwimmer treiben wir weg wahrscheinlich weil der irgendwo einhaken muss und bis dahin ist weggetrieben das ist jetzt noch mal aus wird denn jetzt noch mal oder stößt uns voll weg wenn ich den anker darunter schmeiße die station wieder nein kann ich auch nichts und ich von hier unten die bäume abholzen darf aber wir müssen uns noch überbauen so wie das aussieht weil selbst mit der etage wenn wir darum nicht dran kommt nicht so wirklich wir können noch mal versuchen gleich rumzufahren das gleiche drama hier noch mal zu verstellen da ist auf der anderen seite noch ein bisschen was zu holen dass man hier durch den anker ansatz liegt daran dass der auf der hinteren seite vom schiff ist weiß nicht im notfall mit uns weiten vier zu legen anscheinend ja anker ja ich versuche jetzt mal so seicht links an der insel noch mal vorbeizufahren das vielleicht noch mal auf die andere schmale fläche hier kunst weißt du nach da oben ja könnten wir noch mal probieren ja warum nicht wenn wir uns hierhin gequält wo dann fahr ich mal trinken dann trinke erst mal gerade vollgemacht ich weiß nicht ob schon was da ist hoffe ich ne ist noch nicht vielleicht sterbe ich gleich wenn sie mal eine planke auf dem grill legen oder zwei oder hast du gerade keine ich habe keine ich auch nicht nein alles gut ich habe doch was am start die planten darauf geschmissen und schon dann machen ich glaube wir machen jetzt noch mal eine pause hier wenn ich so ein hunger habe dann kann ich immer nicht weiter zocken ja vielen dank fürs zuschauen lasst einen daumen da wenn es euch gefallen hat wir sehen uns beim nächsten mal bis denn tschau tschau